Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Wie geht es euch? Ich hoffe euch geht es gut. Wie geht es dir Mo? Mir geht es sehr gut. Hast du dein Jäckchen angezogen? Ich habe sehr gut geschlafen heute. Gut. Dieses Video ist etwas anders. Wir quatschen viel und ich habe mir gedacht, wir quatschen mal ein bisschen mit Freunden von mir und euren besten Buddies und wir haben auch eine schöne Idee, die wir euch noch unterbreiten wollen. Aber diese Idee beginnt oder das Arbeiten an der Umsetzung von diesem Plan beginnt eigentlich erst nächstes Jahr. Den Mann kennt man, glaube ich. Den brauchen wir dann. Den Mann brauchen wir auf jeden Fall, weil wir machen mal eben so ein kleines Intro von diesem Mann, wer das ist für die Leute, die nicht wissen, wer das ist. Der ist immer langsam unterwegs, so im Bereich von Richtgeschwindigkeit in der Regel und das Auto ist nicht so leistungsstark. Nee. Gut. Und gleich ist es ja doch und deswegen gehen wir jetzt in die Werkstatt und gucken uns das in Ruhe an. Und wir kennen uns jetzt wie lange? Gar nicht so super lange. Ich würde sagen, so intensiver so zwei, drei Jahre. Zwei, drei Jahre würde ich auch sagen. Und bei unserem nächtlichen WhatsApp-Schreiben, weil wir haben gerade, glaube ich, denselben Schlafrhythmus. Ganz kurzen. Ganz kurzen. Kamen so ein paar Ideen mit einem sehr ambitionierten Ziel, was wir haben. Also es klingt jetzt alles sehr spannend. Es ist auch sehr spannend. Das ist für beide auf jeden Fall ja Neuland, ne? Nehme ich mal an. Ja, mein alter Arbeitgeber damals war ja ziemlich aktiv in dem Bereich. Somit ist mein Erfahrungsschatz in dem Bereich schon wirklich nicht ohne. Auch praktisch? Warst du praktisch in dem Bereich schon mal so unterwegs? Ja. Ich nicht. Für mich auch über Neuland. Doch, schon. Ja, sollen wir das hier sagen schon oder sollen wir es drüben sagen? Eigentlich haben Autos besser, ne? Das kannst du entscheiden. Wir gehen mal rüber, weil es ist echt krass und es ist auch echt spannend. Wir haben uns auch überlegt, sollen wir das jetzt noch machen? Aber ich habe gedacht, es ist spannender vor der Messe das zu machen, vor der S-Motorshow, wenn wir das noch schaffen zu zeigen vor der S-Motorshow. Denn das Auto steht auch auf der S-Motorshow und dann habt ihr das Auto vor Augen und auch mit einem ganz anderen Blickwinkel. Weil wenn du das Auto dann siehst und du dann denkst, damit wollen die das machen. Das wird keiner glauben. Das wird keiner glauben. Oder nicht? Ja, das stimmt. Weil ich kenne ganz andere Firmen und ganz andere Leute, die das auch probieren. Geschafft haben wir noch gar nichts. Null. Aber ich denke mal, das Ziel ist echt krass. Ich glaube auch, das ist so der Charakter von dem Auto. Das ist jeder unterschätzt auf jeden Fall. Das macht es schon so besonders. Und du hast mir mal erzählt, das finde ich auch ganz spannend, wir gehen immer nicht rüber in die Werkstatt, meine ich gerade. Du hast mir mal erzählt, dass die Amerikaner das Auto eigentlich nicht glauben. Die glauben, die zahlen nicht. Nicht nur die Amerikaner, sondern es gibt auch, ich sag mal, bekannte deutsche, alte, eingesessene Tuner, die in den Bereichen auch schon tätig waren und das auch nicht glauben konnten, was ich mit dem Auto schon gemacht habe. Du fährst 100, 200, schnellste Zeit bis jetzt? 3,9. Ist jetzt nicht... Handgerissen. Handgerissen, muss man dazu sagen. Aber doch. Genau. Allerdings ist das noch eine Zeit, die ich theoretisch ohne Dock gefahren bin, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich das ganze Jahr lang nicht einmal so eine Zeit getestet habe, weil ich immer nur viel am Wochenende auf Events unterwegs war. Da schaltest du dann 2., 3., 4. Gang, nicht nur 3., 4. und ich sag mal, realistisch wird das Auto irgendwo im mittleren Dreierbereich fahren. Glaube ich auch. So, wenn man es darauf ankommen lässt, ein bisschen mit Bremse und so, wird das Ding bestimmt eine 3. Das denke ich auch. Dazu muss man erwähnen, der Grund, warum wir uns auch so näher gekommen sind, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht so geil, dass ich es sage, es gibt ganz viele Leute in der Szene, ne? Und der Grund, warum es auch so... Also ich bin auch ehrlich ein Fan von dem, das finde ich jetzt nicht so geil, was ich so sage jetzt, aber ich kenne keinen Menschen in diesem Land, der so ambitioniert für sein Ziel kämpft. Du machst es ja nicht aus... Manchmal schickst du mir Bilder, wo ich mir denke, das kann doch kein Hobby sein, was du machst. Und das kann dir auch kein... Doch, es macht dir Spaß. Ja, doch, ich mache das wirklich rein. Ich sage immer so, andere Leute gehen Fußball spielen, gehen ins Fitnessstudio, wie auch immer und mein Ausgleich ist dann einfach, sich nachts in die Halle zu stellen und halt nochmal einen Motor auszubauen. Und das nicht mal, das nicht mal, weil du machst das ja mit einer Präzision und einer Hingabe, wo ich mir denke, das habe ich vielleicht zu meinen Nissan GTR-Zeiten, habe ich jetzt auch gehabt. Die Phase hatte ich vielleicht drei Jahre, da hatte ich einen Kaffee auf. Wie oft fattest du den Motor schon offen auseinander? Ähm, also ich würde tippen, aus- und eingebaut habe ich bestimmt mittlerweile 35 bis 40 Mal. Boah, ach so. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Und auch nicht immer ausgebaut, weil er kaputt war, sondern ich glaube, ich habe ihn öfter ausgebaut, als er noch heile war, als wo er wirklich kaputt war. So, also klar, war natürlich schon einige Male kaputt, ist halt so. Ja, ja, deswegen, da reden wir jetzt drüber und dann erzählen wir euch auch das Projekt und die Idee, jetzt gehen wir wirklich drüber. Der Kubik hat nämlich Käsekuchen. So, da ist das Auto. Für mich eins der krassesten Autos, die es eigentlich so gibt, oder? Nichts besser. Es gibt wirklich, wirklich nichts besser. Wir lassen den Herren mal lieber erklären, was alles an diesem Auto modifiziert ist, wie und wo. Und ich würde sagen, ganz zum Schluss erzählen wir euch die Idee, was wir genau vorhaben. Ich hatte mir gedacht, dass du erst mal erzählst, was an diesem Auto, wir machen es so, wir gehen von hinten nach vorne. Willkommen, wir machen erst mal die Modifikation außen an der Karosserie. Ich will gar nichts sagen, du erzählst. Soll ich mal in drei, vier Sätzen kurz das Auto erklären? Ja, ja. Das Video kann länger werden, aber ich glaube, das Video kennen sehr viele Menschen. Und für mich war es auch wichtig, dass die Leute wirklich das Auto kennenlernen, weil für mich ist dieses Auto der Inbegriff von deutschem Tuning in Perfektion. Und zwar in jeder Hinsicht, weil es nicht nur außen ist, sondern es ist auch Leistung, es ist auch Getriebe, es ist auch Fahrwerk. Also das Auto ist echt krass. Bitte. Ja, das ehrt mich. Ja, also prinzipiell RS4 Limo gab es ja in dem Baujahr nicht, gab nur Kombi. Ich wollte damals, man muss dazu sagen, ich habe das Auto mittlerweile über zehn Jahre, wollte damals halt auf gar keinen Fall ein Kombi haben, so wie halt jeder als jugendlicher Spinner mal so ungefähr war. Und deswegen kam ich überhaupt noch auf die Idee, eine Limo zu bauen. Das heißt, RS4 genommen als Kombi und eine Limo genommen, S4 Limo, nebeneinander gestellt, aus beiden Eingemann. Das heißt, du hattest einen RS4? Ja. Der fuhr auch? Ja, ja klar. Das wusste ich nicht. Natürlich, nee, das war komplett wirklich bei mir vor die Halle. S4 Limo, RS4 Kombi. RS4 Kombi war so ein altes Ding aus der Schweiz, hatte viel runter, konnte man schlachten, brauchte man kein schlechtes Gewissen für haben. Und dann halt wirklich alles aus diesem Kombi da rein. So, weil damals, man muss dazu sagen, ich noch keine Ahnung gehabt von der ganzen Thematik so ungefähr, wusste nicht, was von den beiden Autos ist gleich, was ist anders. Und hat mir deswegen gesagt, mach's denn lieber alles. Das heißt wirklich komplett Kabelbaum, alles umgesteckt von RS4 Endings. Das ist zehn Jahre her? Ja. Das heißt, die ganzen Seiten, wenn die Tür, alles geändert. Ja. Die Tür, ist das eine Kombi-Tür? Ja. Doch. Das ist, deswegen ist der Umbau nicht so schwer, was die Türen angeht, weil zwei Teile, Blech, Rahmen, Kombi-Tür, Rahmen von einer Limo. Ah. Und zack, hast du quasi den Teil an eine Limo angepasst. Perfekt. Okay. Aufwändige ist natürlich Seitenteil, weil die breiten Backen vom RS4 gibt es halt für eine Limo logischerweise nicht. Nee, klar, aber das... So, also, genau, also Kombi-Seitenteil nehmen und ran. Okay, weiter geht's. So ist das damals entstanden. Mittlerweile, um das ein bisschen kürzer zu machen, tausendfach umgebaut. Also ursprünglich, als das Auto im ersten Step war, hatte das Ding 600 PS. War eine relativ originale Technik, nur größere Turbolader, andere Ausbau. Was ja auch ganz gut fährt. Genau. War cool, war aber langweilig. Nach kürzester Zeit, ne? So. Nachdem ich dann im ersten Jahr etliche Turbos durchgeraucht habe, Motor wieder raus, radikal alles umgebaut. Also das erste war noch so der Step, den man relativ einfach und schnell bauen kann. Und im ersten Winter dann kam halt die große Ausbaustufe, das heißt Krümmer selber gebaut und, und, und quasi. So, das heißt einmal alles radikal größere Turbolader, die nicht mehr auf der Serie basieren. Mir war ganz wichtig bei dem Auto, es sollte immer aussehen wie Original. Also mein Ziel war damals, du konntest mit dem Audi beim Audi Zentrum vorfahren. Und der Typ, der Typ am Teile-Tresen hat wirklich gedacht, es gibt eine RSV-Limo. Das war so eigentlich meine Intention damals dahinter. Deswegen musste dieses Auto so aussehen, wie es aussieht. Das heißt unbedingt eine RSV-Rücksitzbank, wo halt schön das Logo drin ist. Passt natürlich nicht in der Limo, musste alles auch wieder umfrickeln. Und ja, so ging es halt immer weiter. Ich würde sagen, wir gucken mal im Motorraum. Ja, warte mal, Schatzi, warte, 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 weil, du hast dich schon so dran gewöhnt, ist alles normales, weil. Das ist Carbon? Nein. Noch nicht? Ganz, aber ich habe Carbon dafür mit. Die können wir entweder jetzt zeigen oder später. Im Kofferraum. Zeig mal. Kofferumdecke ist Carbon? Also wenn wir das abkürzen wollen, an dem Auto ist alles Carbon, außer die Türen und die Seitenteile. Das heißt, Stoßstangen, Schweller, Kotflügel, das Dach. Ist echt ein Carbon-Dach drin. Hast du den mal gewogen? Aktuell, so wie er hier jetzt zur Sekunde steht, ungefähr 1.350 Kilo. Vierer lang was reden. Genau. Mit Ausstattung. Ja, und wir springen nochmal ganz kurz. Die Motorleistung ist? Die letzte Messung auf dem Prüfsteuer war 1.270 Kilo. Ja. Machen wir dann. So. Aber, da ich ja wie gesagt so gerne schraube, gibt es jetzt dieses Teil. Man muss es einfach hochheben, damit man das so rafft. Das ist jetzt die besagte RS4-Tür. Haben wir gerade frisch mit den Jungs aus Lübeck-Baltik-Kabotik. Was kostet denn den Kabel? Hier, nehmen wir. Jetzt in der Fertigung und Entwicklung oder jetzt? Nee, ich will jetzt, weil ich mir gerade denke, wenn ich jetzt so einen Umbau machen will, eine S4-Limo auf RS4 umbauen will, dann hilft mir das Teil ja ungemein. Alleine weil Audi-Türen zu kriegen, richtig schwer. 20 Jahre alte Autos und so weiter. Was kostet das? Ich verkaufe diese Tür für 2.000 Euro. Eine. Ja. Dann tun wir wieder einen Kofferraum. Eine. So, weil, wie man sieht, das Ganze ist ein fünfteiliges Teil, was aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird. Ist halt ein bisschen aufgehend. So, jetzt musst du aber nochmal schätzen, was schätzt du, kosten zwei originale RS4-Türen, wenn du noch welche bekommst, aus Blech, die dann rostig sind und so weiter. 4.000? Ja, also, wenn du noch zwei hintere Türen, weil die vorderen sind nicht so begehrt, die hinteren sind nur begehrt und da bist du mittlerweile auch Gebrauchteilepreise auch so um die 1.000 Euro für zwei Türen. Für zwei Türen. Klar. In der Japaner-Welt bist du da noch gut dabei. Ist immer noch brutal viel Kohle, aber wie gesagt, zwei Kilo, neun Kilo. Sind nur sieben Kilo, ne? Ja, aber sadiert sich. Wenn man schon so weit ist, ne? Das Spiegel haben wir schon durch. Also, das Ding ist, damit ihr versteht, woher wir uns kennen und wie gut wir uns kennen, wir schreiben eigentlich täglich, würde ich wirklich behaupten, wir schreiben fast täglich und tauschen uns aus über die verschiedensten Sachen und so entstehen halt auch die verrücktesten Ideen und ich weiß, er überspringt gerade, ihr müsst es so vorstellen, wir machen gerade eine Buchvorstellung und jetzt zeige ich das Buch, zeige ich das Cover so, springst du in die Mitte, ah, Carbon-Türen, ah, Ende. Da sind so viele Steps zwischen. 10 Jahre. Wir haben ja noch mehrere Videos vor uns, wo wir noch viele, viele Sachen besprechen können. 10 Jahre. Hattest du überhaupt schon mal ein Auto 10 Jahre lang? Nein. Man muss ja zu sagen, aber wie gesagt, ich habe so viel Zeit in dieses Auto investiert, habe aber auch, muss ich ehrlich sagen, so viele Leute durch dieses Auto kennengelernt, wie dich zum Beispiel, halt, ne? Es ist für mich einfach unverkäuflich, so, ne? Weil ich da einfach so viel gelernt habe und so weiter halt, ne? Ich würde mich nicht trauen, ihr ein Angebot zu machen. So. Ganz ehrlich. Eigentlich nicht. Andersrum, ich frage dich ganz ehrlich, welche Summe ist es immer verkäuflich? Immer. Welche Summe wäre das? Also, es gäbe eine Summe, dafür würde ich mich von dem Auto trennen, aber auch nur deswegen, weil ich hatte mit dem Artyom so ein ganz beklopptes Projekt, es wäre theoretisch möglich, das ganze Auto in Carbon zu bauen, als Vollcarbon-Monocoque. Also, jedes Blechteil abformen, zusammenkleben. Alles Carbon quasi, ne? Schritt für Schritt. Mit Chassis. Komplett. Also wirklich das Blechchassis auseinandernehmen, jeden kleinsten Halter, alles, was du angepasst wäre, würde gehen, ist exorbitant teuer. Das heißt, ich sag mal so, wenn mir einer für dieses Auto zum Beispiel, ich sag jetzt mal 300.000 Euro geben würde, so, müsste ich aus Vernunft drüber nachdenken. Ganz ehrlich, aber 300.000, bei dem, was steckt drin? Ja, kann man so nicht sagen. Wenn du es in Zeit rechnest, auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall. Selbst in Teilekosten steckt da mehr drin. Weil das Kaputtmachen zählt ja dazu, damit du da hinzukommst. Keine Frage. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, ich baue das jetzt einfach nach und springe einfach in Level 13 ein. Ne, nein, keine Frage. Klar, wenn man natürlich Entwicklung und so weiter alles einrechnet, ist es natürlich viel, aber ich war halt schon immer so ein, ich sag jetzt mal, Überlebenskünstler, ne? Ich hab mir das immer schon alles so zurechtgesammelt, so, dass das immer alles bezahlbar war, ne? Weil, als ich angefangen hatte mit dem Auto, hatte ich gar nichts, musste gucken, deswegen auch ein Auto aus der Schweiz geholt, das andere Auto daher, zwei Buden nebeneinander gestellt und ein schönes Auto rausgemacht. Ich unterbreche, guck mal her. Carbon, leicht, ne? Der Motor. Und dann ist aber trotzdem der Kofferraum in Alcantara. Und das ist das, was das bei dir so ausmacht. Dann gibt es welche, die bauen so Gumsbuden und entschuldigen das, dass das jetzt so leicht sein muss, dann muss alles scheiße sein. Aber das Ding, was ja wirklich fast schon zum Kotzen ist bei dir, ist, dass jedes Teil, guckt euch mal alles an. Und das Ding ist, ich, das ist jetzt nicht Zufall, dass das so ist bei ihm. Ich weiß, ich lobe ihn die ganze Zeit und sowas, was auch langsam ein bisschen schleimig wird. Aber ich sehe halt, wie viele Sachen du zurückgehen lässt und wie krass du an diesen Details arbeitest. Die Quadron-Kurvflügel, nochmal Haube aufmachen. Ja, klar. Wir reden mal über die vorderen Kurvflügel. Also ein ganz kurzes Detail, wenn ich hier kurz in Ruhe fallen darf, was das ganz gut zeigt ist, selbst die Schrauben von der Stoßstange, ich weiß nicht, ob man da gerade rein filmen kann. Selbst die sind natürlich aus Titan und wie man keinen Schwanz natürlich sieht. Aber es ging einfach nicht. Diese leichte Carbon-Stoßstange konnte ich nicht mit irgendwelchen schweren Stahlschrauben heranschrauben. Deswegen mussten da diese Schrauben. In dem ganzen Auto sind in Summe 700 Titanschrauben. So, und natürlich die passenden Carbon-Unterlegschäden dazu. Natürlich. Merkst du selbst jetzt aber, ne? Ja. Also es ist halt schon so, ich kann mich relativ schnell für irgendwas begeistern. Wie viel spare ich durch eine Carbon-Unterlegscheibe im Vergleich zu normalen? 5 Prozent? 10 Prozent? Nein, das ist deutlich mehr. Wenn du es prozentual siehst, ist es viel. Weil diese fucking Unterlegscheibe wiegt wirklich gar nichts. Das ist auch so gepresstes Carbon. Also das kann richtig was, das bricht auch nicht auseinander. Und die Scheibe wiegt wirklich gar nichts. Also ich würde prozentual sagen, zwischen 70 und 80 Prozent. Oh, okay. Bei 2 Gramm. Sparst du in Summe aber nichts. In Summe? Nein, 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 aber in Prozent. In Prozent ist es viel. Weil du brauchst die Scheibe, ja? In Summe ist es schwarz. Das heißt, wenn du hier Scheibenreiniger-Trinchen hast, einen halben Liter, dann ist das alles wieder raus. Genau. Das ist alles. Das ist so. Oder wenn ich ein bisschen weniger fressen würde, so ungefähr, könntest du da mit Sicherheit auch was sparen. Aber darum geht es ja nicht, sondern wenn man es halt so schön machen kann, warum nicht? Man muss jetzt allerdings dazu sagen, die 700 Schrauben, die da drin sind, das sind in Summe immerhin mittlerweile glaube ich knapp 10 Kilo. Was würde das Auto denn lieben, wenn du alles rausschmeißt, was du nicht brauchst? Ähm, also... Also auch die Rücksitzbank und alles. Mein Ziel für nächstes Jahr sind 1250 Kilo. Aber mit... Aber dann ist er leer. Dann ist er... Also leer heißt, ich baue nur die Rücksitzbank aus. Und habe nicht mehr einen Edelstahlausbruch drunter, sondern einen Anbau aus. Also, das ist der Unterschied. Ja, komm, da gehen wir ab. Also hier, sowas zum Beispiel, Hutablage und so habe ich noch nie ausgebaut. Das ist da seit 10 Jahren drin, würde ich auch für nichts ausbauen. Vorher mache ich noch mehr Unterlegscheiben in Carbon, bevor das Ding aussieht wie eine Blechdose. So, ne? Und eine ganz krasse Nummer war natürlich die Dachnummer, ne? Naja. Das Ding da in Carbon rein zu friemeln, war natürlich auch... Spürst du, dass das Auto weicher geworden ist? Spürst du Stabilitätsverlust? Und meine Erfahrung mit dem Leichtbau ist, es ist sogar an der Beschleunigung, merkst du es am wenigsten, alles andere wird noch viel, viel geiler. Heißt so, genau, Bremsen, Komfort, wie das Auto einfach so anfängt, um eine Kurve zu fahren und so weiter halt. Da merke ich das Gefühl mehr als jetzt eigentlich beim Beschleunigen. Was mich ja wirklich wundert, das sehe ich gerade, du hast ja nicht in Carbon, ne? Ne. Das ist eigentlich sehr krass. Da war ich zu geil zu führen. Nein, das ist eben nicht. Weißt du, warum es ist? Weil du es nicht selbst machst. So, ja. Weil, sobald er es selbst machen kann und er kann nämlich die Leute kontaktieren und machen und zu, dann gibt es ja so eine Unterlegscheibe. Oder du fertigst ja, das sind ja deine Konzepte und die Türen teilen. Ja, klar. So, aber den Sitz, den du ganz normal bestellen kannst bei Recaro, den hat er nicht drin. Ich weiß aber, wie viel leichter ist. Wie viel? Drei Kilo. Pro. Pro Sitz. Mhm. Was schon mal sechs Kilo ist. Nicht wenig Kilo. Schon mal nicht schlecht. So, dann aber eine komplette Sitzkonsole, alles Alu, ne? Mhm. Das ist alles dieses Zerta Flugzeug-Alu. Das haben wir einmal in Alu schon mal nachgebaut. Da kannst du nämlich auch gut was... Gut was holen, ne? Hier sind auch noch Lautsprecher und alles drunter. Also, man könnte, wenn ich wollen würde, könnte ich aus dem Auto sofort 100 Kilo rausschmeißen, ne? Mhm. Will ich aber nicht, weil dann ist es kein Auto mehr. Ich wollte immer, dass das Ding ein Auto bleibt und keine Rennbude ist und so weiter. Wie viel Geld ist in einem Auto? Kann man nicht sagen. Bitte, bitte schätze mal, wie viel Geld ist in einem Auto mit allen Schäden? Mit allen Schäden? Motorschäden, Laderschäden. Keine Ahnung. Betriebe. Ungefähr. Habe ich mir noch nicht wieder gemacht. Ungefähr. So, ja, es sind auf jeden Fall mehr als 100.000 Euro. Was war eine Überachtung? Ich habe es wirklich nicht zusammengezählt. Ich weiß nicht. Ich behaupte aber, es sind keine 200.000 Euro. Ja? So. Hätte ich es gedacht. Ne, weil es halt, wie du gerade schon gesagt hast. Ne, also mit Auto, ne? Ja, ja, schon klar. Aber das war damals nicht so kostet. Ich war halt, wie gesagt, damals einer RS4 aus der Schweiz gekauft. Wie teuer war der? Ich glaube, 9.000 Euro. War das? Ja, ist 10 Jahre her. So, ne? Ach so. So, geschlachtet und 9.000 Euro wieder reinbekommen und für mich die Teile gehabt. Genauso S4 Limo als Basis gekauft. Alles, was ich nicht brauchte, ganze S4 Technik, Karosserieteile und so weiter, verkauft und quasi wieder aus zwei Autos eingemacht, ne? Also ich war da schon immer so ein bisschen Fuchs. Alleine, was cool ist, das Geräusch, wenn man die Haube aufmacht. Und das ist der älteste, der älteste Dämpfer, den ich irgendwo gefunden habe, ne? Weil der nämlich schon dran ist. Das haben wir bei manchen in unserem Karbonaum auch, dass du die gar nicht runtergezogen kriegst. Weil wenn der nämlich richtig Zuch hat, dann hörst du, wie das Karbon knirscht, nämlich. So, Haube halt auch wieder so eine Sache, kann ich ja jetzt ja auch so sagen, da ich ja ganz gerne mit dem Auto noch mal schneller fahre. Ich wollte natürlich keine zusätzlichen Haubenscharniere dran haben, also keine Schlösser. Und deswegen halt auch Haube war auch ein bisschen komplizierter, ist richtig dick, ist vierlagig. Also du brauchst keine zusätzlichen Schlösser. Ah, ja, ich sehe gerade. Funktioniert wirklich so bis Vmax. Wie viel bist du Vmax so fahren musst du jetzt? 363. GPS. Zu dem Thema kommen wir gleich. Ich muss dazu sagen, das war noch zu Zeiten, wo ich noch Sprit gefahren bin. Also das ist ein Minimum fünf Jahre her. Das Auto, da waren wir stehen geblieben, wog ursprünglich, als ich das erste Mal den Willen hatte, auf dem Waage zu fahren. Was schätzt, hat das Auto gewogen? Zu der Zeit. Da habe ich noch nichts Leichtbaumäßig gemacht, war einfach nur ein normales Auto. Hatte schon ein Polkmusikchen drin? 1,660. Ja, 1,650 glaube ich. 1,650. Also 300 Kilo sind immerhin schon raus. Der Laie, der jetzt vorstehen würde, würde nicht eine Sache sehen, wo es leichter geworden ist, weil es ist eigentlich noch alles dran. Aber zum Beispiel, wollte ich eine Kostbrüche von seinem Dachschaden haben? Die Koflügel waren lackiert, richtig? Ja. So, dann war aber das Carbon hier an der Seite, war dann lackiert. Weil der Lackierer leider ein bisschen kurz geschlafen hatte. Und dann hat er sich einfach gedacht, nee, das ist scheiße. Wir machen das komplett nochmal und du leckst dann den Lack nicht runter. Somit wie? Somit neuer. Somit alles neu. Ja, das ist natürlich vernünftig. Damit man hier dann das Carbon sieht an der Seite. Ja, aber du weißt noch, wie es ist. Du kommst zu einem Treffen, reißt die Haube auf, riesen Menschenhaube, weil alle denken, jetzt gibt es hier 1200 PS zu sehen. Du siehst aber gar nichts. Das sieht aus wie 380 PS. Und dann ist es natürlich umso cooler, wenn sie wenigstens das Carbon sehen können. Genau. Genau. Guck dir das an, Alter. Ich weiß, das war sogar, glaube ich, halt meine Idee, oder? Da hast du mich noch gefragt. Kann gut sein, ja. Also wir haben da bestimmt irgendwann mal drüber gesprochen. Ja, ob man die Fläche oder Gans oder... Ich bin ja auch einer, der sich immer gerne einmal rückversichert bei irgendwelchen wilden Ideen und lieber bei dir nochmal Nachfrage. Ja, Mann. Aber krass, dass du zum Beispiel den normalen Plastikwasserkühler schriffst. Reicht? Reicht, ne? Eigentlich ist es mir ein Dorn im Auge, weil der ist für mich eigentlich schon viel zu dreckig und irgendwie so... Ja, der ist auch ein bisschen mehr anfangs. So eigentlich, eigentlich musste man neuerst errichten. Also ihr könnt euch sicher sein, im nächsten Video wird da neuer drin sein. Und, dass der Schlossträger so aussieht. Das finde ich auch sehr verwunderlich. Ja. Weil, das finde ich echt verwunderlich. Also der Schlossträger, der muss nicht. Das Ding hier, verstehe ich auch nicht. Doch, da bin ich so ein bisschen so... Ich mag das nicht, wenn Sachen nachträglich bezogen sind. Also alles, was... Nee, 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 komplett machen. Achso, einen richtigen Carbon machen. Ja, aber es ist halt immer so ein Teil, was rundum umschlossen ist. Ist immer schon mal zweiteilig und ist halt aufwendig. So, und wir fuchsen uns da nach und nach immer weiter rein. Der Artyom hat auch nicht immer Zeit. So, und so weiter. Die Sachen sind schon alle. Das aber original ist. Ja, das ist original, er ist vier. Okay. Wie du siehst, sieht original aus. Wie du siehst, sieht es original aus. So, also, Verdichtung? 8 zu 0. 8 zu 0, Drehzahl? Ende der Saison 8 zu 8. Okay. Das ist für den V6 schon extrem sportlich eigentlich so. Mit einem nicht Alu-Ploid. Genau. Wäre eigentlich auch mal ein geiles Projekt, wenn man mal einen Alu-Ploid-Motor baut. Ja. Könnte man machen. Könnte man machen, da ich ja so gerne ein- und ausbaue. Könnte man das mal testen. Wie lange brauchst du für die Demontage? Was würdest du schätzen? Also angenommen, ich würde jetzt das Auto hier reinfahren, wüsste, wo das Werkzeug liegt, ich würde mein Handy wegpacken, dass ich nicht am Handy bin und würde durchschrauben. Ja, Motor auf dem Boden, raus. Motor auf dem Boden. Also, ich nehme ihn immer, Achse bleibt drin. Also, pass auf. Ich gebe den gleich mal zu. Siehst du den Typen da unter dem Auto? Ja. Siehst du den? Der ist schon sehr, sehr gaga. Deswegen, wenn ich den als Vergleich nehme. Wie lange will der Mann dafür brauchen? Ja, also, jetzt muss ich in Schutz nehmen und dazu sagen, jemand, der, da es kein Originalmotor ist, ich habe mir das natürlich so gebaut, dass ich es schnell ausbauen kann. Okay. Wenn du an die falschen Schrauben rangehst, ist es geficke hoch 10. Normalerweise haten die Leute den Motor auch alle und haben gar keinen Bock daran zu schrauben, weil du kommst halt nirgendwo ran. Deswegen baue ich auch immer gleich komplett aus. Weil ich habe es halt so optimiert, dass es halt recht schnell rausgeht. Ja, okay. Also, ich sage mal, das, äh, ein Anbüro sitzt da dran, eine Stunde, 20 Minuten. Das wäre schon auch schnell, definitiv. Wie schnell er raus? 45 Minuten. Ich hätte es geschätzt. Ehrlich gesagt. 45 Minuten. Dann sieht es zwar aus wie auf dem Schlachtfeld, ne? Dann sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Warte mal. Warte mal. Hast du 45 Minuten? Dann habe ich. In 45 Minuten? Wir fangen rückwärts hier gerade. In 45 Minuten liegt der Motor da? Ja. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe schon wirklich... Armando! Zeit läuft jetzt. Er sagt, er kriegt den Motor 45 Minuten raus. Ich habe schon mal ehrlich gesagt drüber nachgedacht. Du musst den Gesichtsausdruck sehen. Ich habe sogar schon mal drüber nachgedacht, ob man das Ganze nicht nur mit blinden Augen machen kann. Nein. Ich bräuchte nur jemandem, der mir das Werkzeug gibt. Ich kann natürlich nicht jedes Mal erfüllen, ob das jetzt eine 10er oder 13er Schlüssel ist. Aber das sieht... Aber 45 ist natürlich egal, was du machst. 45 ist echt schnell. Ich habe ihn mal live wieder eingebaut. Was ja immer noch mal viel, viel länger dauert. Mit anmachen. Mit befüllen, zweieinhalb Stunden. Von Motor steht hier. Hallo, ich bin der Philipp. Einbauen, anmachen und so weiter. Das wäre eigentlich mal ein geiles Video, ne? Also ausbauen, 45 Minuten. Also wirklich, ob wirklich 45 Minuten sind, das wäre egal. Ich sage mal so, für unser Projekt müssen wir ihn eh nochmal einbauen, weil dafür muss wirklich alles perfekt sein. Das heißt, da muss eh nochmal alles überprüft werden, nochmal ausgebaut werden und so weiter. Können wir das natürlich hammerhart einmal durchziehen. Genau. Gibt es noch andere Sachen, weil sonst würde ich jetzt überleiten auf das Projekt, auf die Idee? Ne. Nur, wie ich sagte, mir war immer wichtig, dass das halt schön aussieht. Ja, hast du geschafft. Dass es halt so aussieht, dass es halt nicht so Haube auf und man sagt, oh, was ist das denn? Wie viele sind's? Wie, wie, wie. Lecker. Original. Original. Eine Frage habe ich noch nie gefragt. Was ist, was stört dich an dem Auto? Was dir das Auto stört? Wo du sagst, boah, bitte nicht hingucken, bitte nicht hingucken. Ähm, mh, mh, mh. Das ist spannend. Ja, gibt es eine Stelle? Ein paar Leute wissen auch von der Stelle. Und zwar... Selbstwissen ist alle. Ist kein Problem. Können Sie auch gerne wissen. Ich habe ja bekanntlich hier das Seitenteil eingesetzt. So. Ich bin wirklich penibel, war jeden Tag bei dem Lackierer... Ich habe keine Sache gesehen, die mich stört. Essay weiter. Jeden Tag zum Lackierer gefahren, weil ich bin halt auch so Spaltenmaßperfektionist. Das muss alles immer passen. Ja, dann habe ich gleich was, wo ich das Reserve hole. So. Und... Tür drin gehabt, alles fertig gemacht, Tür rausgenommen, letzte Schicht quasi Füller. Mit der Maschine geschliffen. Und zack, war die Kante, wo ich das Seitenteil angesetzt habe, rund geschliffen. Ist natürlich vor dem Lackieren... Das sieht man, wenn man hier steht. So, oder wenn man einfach Plan drauf guckt. Wenn man Plan aufguckt, siehst du, wie es hier ganz ein bisschen aufgeht. Ja, ja, sieht man auch. So, ne? Hab man schon auch ein bisschen gesehen. So. Aber bist du bereit? Ja. Dann schicken wir hin. Seht ich. Dass sie ein bisschen raus steht? Ja. Das ist normal, das Original. Lass dich hier im Bauch machen. Original. Wirklich, schwierig dir. Wenn du das nächste Mal irgendwo ein B5 siehst, guckst du dir an. Nein, Hase. Ja. Guck mal her, guck mal hier, wie hoch. Ja, glaubst du mir. Glaubst du mir. Du merkst ja, hier und hier ist fast bündig. Ja. Man darf nicht vergessen, die ganzen Carbon-Teile sind wirklich vom Original abgeformt. Wir hätten jetzt natürlich die originale Blech-Hack-Klappe besser passend machen können. Ja. Aber da schwöre ich dir wirklich, da stand ich nämlich, weil ich natürlich genauso bin wie du, ich hab natürlich gesagt, ey, die passt nicht. Ja, genau. Ja, nee, ist aber, ich hatte leider selber auch Unrecht, ne? Weil die originale ist tatsächlich so. Aber dann musst du auf jeden Fall hier nochmal drüber schleifen. So. Über den Lack, weil der Lack nämlich ganz krass bricht, wenn du von hier drauf guckst. Und das wäre so eine Sache, weil dieses Auto ist für mich die Perfektion in Automobil. Und dann sehe ich das gerade so und mache so innerlich so. Liegt aber auch ein bisschen daran, weil halt hier wiederum die Kante halt Carbon ist, ne? Und hier anlackiert, ne? Aber, aber trotzdem, kannst du schleifen. Ja, also zu verbessern, was gibt's immer. Ja. Müsst du bestimmt noch ein paar Stellen, aber... Ja, hier zum Beispiel ist der Kleerlack ein bisschen komisch. Aber ist auch vollkommen peng. Das ist auch eins der wenigen Stellen, die wirklich nur lamiert sind. Also einfach nur Carbon drauf. Also, das Projekt, die Idee ist wie folgt. Abends am Schreiben und der eine schreibt das und dann schreibst du, wo warst du? Dann sage ich, ich war in E-Rally-Scene. Ah, es ist ein langes Test gerade. Ja, genau. Wie schnell bist du mal gefahren? 360. Hm, interessant. Wie schnell ist schon mal einer überhaupt mit seiner Limousine gefahren? Hm, keine Ahnung. Und dann kam die Idee, dass wir vorhaben, mit dem Auto wie schnell zu fahren? 400. Bitte, das war genau per Schlachtraube. Also wir haben die Idee, die Idee ist wie folgt, dass das Auto modifiziert wird für die Aufgabe, nächstes Jahr 400 Stundenkilometer zu fahren, GPS, auf einer offiziellen Testgrade. Also nicht auf einer Autobahn, sondern was wirklich sportlich angeht und wirklich professionell angeht, was für Modifikationen noch zu tun sind. Weil, ich war ja bei 9F eine lange Zeit, habe so sehr, sehr viel mitbekommen zum Thema Highspeed-Fahren und zum Thema Modifikationen an Autos, die man so zu tun hat. Vor allen Dingen Fahrzeughöhe, Reifentechnologie, Fahrwerk-Setup, Getriebeübersetzung. In welcher Drehzahl willst du dann die Geschwindigkeit erreichen? Weil manche Leute denken sich, hey, pass auf, ich mache das zum Ende des Drehzahlbandes, was natürlich eine enorm hohe Drehzahlbelastung ist. Manche Motoren sind vielleicht auch besser, wenn man sich die Diagramme anguckt, ob man sich vielleicht im mittleren Drehzahlbereich befindet, wenn man diese 400 kmh versucht zu erreichen. Da gibt es verschiedenste Wege nach oben, was macht man mit Spalzmaßen, wo erzeugen wir Überdruck, wo erzeugen wir Unterdruck, modifizieren wir gleich hier einen kleinen Windkeil, dass man vielleicht den CW-Wert auf der A-Säule ein bisschen verringert. Da kann man verschiedenste Wege machen, um dieses Ziel zu erreichen und natürlich auch Motorleistung. Und Getriebe? Auf jeden Fall Getriebe, weil das ist ja genau der Punkt mit der Drehzahl, dem Drehzahlniveau, wo man ankommen will, um dieses Ziel zu schaffen. Wir haben uns aber gedacht, wir machen dieses Video, weil eigentlich das Projekt beginnt ja erst nächstes Jahr. Wir machen das vor der ersten Motor Show, damit wenn ihr das Auto seht, dass ihr eine Idee bekommt, ah, das ist dieses Auto. Und dann lohnt es sich nämlich auch zweimal hinzugucken. Weil wenn man da vorne nämlich steht, wird man sagen, das Ding fährt 2,50. Das Ding fährt 2,80 und dann ist der Drops gelutscht. Und ich kann euch wirklich sagen, der Leistungsunterschied und die Fahrzeugbelastung, um ein Auto 390 fahren zu lassen und 400 kmh fahren zu lassen, diese 10 Stundenkilometer bedeuten für das Auto in Prozent mehr Last oder mehr Anstrengung von 25 Prozent vielleicht, 20 Prozent. Das ist diese 390, 400 und dann vielleicht 400, 408, 409 oder was weiß ich was. Das ist für das Auto eine unfassbare Belastung und dazu kommt, Reifen ist ein wirklich ganz großer Faktor, weil man muss sich wirklich überlegen, wie schnell diese Fläche wieder oben ankommt. Das heißt Reifentemperatur, Reifenluftdruck und all diese Sachen werden von euch zusammen dann auf die Reise gehen und wir hoffen, dass wir uns nicht aufs Maul legen. Also ich bin da guter Dinge. Ich auch, ich auch. Also zumindest was den Sicherheitsaspekt angeht, wie sicher das Auto fährt. Klar, Reifen kann ich nicht reingucken so, aber das Auto fährt, fährt kann man wirklich sagen gut. Nein, aber der Anspruch ist wirklich, das so professionell wie möglich anzugehen und halt auch nicht, dass einfach, dass du das fährst oder dass ich das fahre und am Ende ist es passiert und man sagt, dass das Auto ist und dass man wirklich versteht, was muss man aus einem Auto machen, dass die Motorleistung hat und was diese Performance bringt, weil das Auto ist ja jetzt ein Meilenrennenauto. Ja, Viertelmeile würde ich nicht sagen, weil stehend, also stehend hatte ich immer das falsche Getriebe drin, war halt einfach so. Jetzt mit dem, mit dem Dockgetriebe würde das bestimmt ein bisschen besser werden, aber dieses Jahr einfach nicht geschafft. Aber auch ein Wahnsinns-Material. Ja klar, das ist natürlich, aber da muss ich positiv sagen, das Auto hat es auf der Viertelmeile schon gehalten mit 1600 Kilo, so, weil früher habe ich es nicht leicht gemacht, das heißt jetzt lacht das mehr oder weniger so drüber. Ist natürlich was anderes, wenn du hier Klicks drauf machst, geklebte Strecke, da geht das ganze Spiel ja von vorne los. Genau. Interessant wird halt mal, was man wirklich an Leistung braucht, um dann mit 400 zu fahren. Genau, und da spielt halt auch der Fahrungswert, den ich da so habe, mit rein, weil das ist eine Menge. Und was ich gerade meinte, also dieser Unterschied, wenn das Auto 380 fährt und man sagt, komm, wir fahren jetzt 400, das heißt es nicht. Ja, ja, klar, nee, keine Frage, glaube ich. Da ist obenrum nochmal die Luft richtig dünne. Plus, das Auto ist jetzt nicht aerodynamisch, man muss sich wirklich, guck mal, guck mal. Welches Potenzial hat denn der Motor noch denn? Also Leistungspotenzial, was kann man denn noch? Ich denke, es ist nur eine Veränderung der Leistung. Ich denke, viel mehr Leistung werden wir nicht brauchen. Also das Wichtigste ist ja überhaupt, erstmal muss man einfach so ehrlich immer sagen, erstmal muss das Ding hinten überhaupt ankommen. So, ne, weil 1200, 1000, 300, 1400 PS, die schüttelt man nie so einfach aus dem Ärmel. Und nicht immer wieder? Genau, da werden wir auf jeden Fall über 3 Bar fahren. 3 Bar ist so viel, wie Luft in so einem Reifen ist, das knallt halt schon ganz gut in so einem Motor. Aber das wird definitiv nicht das Problem sein, weil ich habe es schon oft genug so getestet. Zum Schluss ist das Auto ja auch auf einem Kilometer schon 350 gefahren, echte. So, mal gucken. Ich würde, glaube ich, mal so mit 1000 PS in dem Bereich anfangen und dann mal gucken. 1000 PS in 1,9 Bar? Naja, ein bisschen mehr schon. 2,1? Naja, ich würde eher so tippen, 2,4. Doch, so viel. 2,4, 2,5 sind das schon. Weil halt so niedrig verdichtet. Okay. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen abgeholt werden. Ich freue mich tierisch drauf. Sehen das auch gar nicht so super spaßig lustig. Das ist schon wirklich eine relativ ernste Sache, weil kannst du dir auch böse wehtun. Hat keiner Bock drauf. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.